Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute mal meine ungefilterte Meinung zur ersten Season von Diablo 4 und meine Hoffnung für Season 2 und wo es eventuell in der Zukunft auch hingeht. Ich habe jetzt hier endlich die Season abgeschlossen, bin gestern Level 100 gekommen und kann jetzt hier diese Belohnung einfordern, da werde ich auch gleich sowas sagen. Weltenbosse fehlen mir noch, Echo von Lilith werde ich gar nicht erst versuchen, weil werde ich nicht schaffen. Und den Rest habe ich fertig. Am Anfang, da kann ich direkt mal ein paar Worte zu sagen, den ersten Tag der Season und den zweiten Tag der Season, es hat übel Spaß gemacht hier durchzumarschieren und die Aufgaben zu machen. Es hat sich am Anfang auch noch belohnend angefühlt, gerade für mich als Pulverisierenspieler die Belohnung abzuholen, weil es hier Aspekte gab, die es vorher nicht gab. Wie zum Beispiel das Pulverisieren, was es hier gab. Ich glaube, genau hier ist es. Pulverisieren als Aspekt in der zweiten Etappe. Das war für mich als Pulverisierenspieler richtig, richtig cool und hat gerade am Anfang der Season für mich richtig spannend geschaltet, weil ich weiß, es kann gerade am Anfang schwierig sein, diesen Aspekt zu bekommen. Und ich denke, so ging es auch anderen Spielern mit anderen Aspekten für andere Klassen. Also das war eigentlich eine coole Sache so. Ab Etappe 4 und gerade Etappe 5, 6 und 7, muss ich ganz ehrlich sagen, waren sehr unspannend. Habe ich gar nicht mehr drauf hingegrindet, sondern die sind eher so nebenbei gefallen. Jetzt hier kann ich auch das letzte abholen, das werde ich auch gleich zusammen mit euch aufmachen. Saisonale Sägen sind eine coole Sache. Ich hoffe, dass das in der nächsten Season auch so der Fall sein wird. Ich hoffe, dass dort auch ein bisschen durchgemischt wird. Was ich ein bisschen vermisse oder worauf ich mich freuen würde, wäre etwas wie 10% erhöhte Chance, einen Unique zu bekommen oder eine bessere Droprate zu bekommen. So, dass man eventuell irgendwo in eine mathematische Möglichkeit kommt, einen Uber zu bekommen mit ganz viel Glück. Das fände ich ganz cool. Ansonsten fand ich das echt ein cooles Gimmick. Ich weiß, aus Diablo 3 gab es das auch schon. Deswegen echt eine coole Sache. Gerne wieder in der nächsten Season. Der Battle Pass. Da muss ich ganz ehrlich sagen, es hätte mich nicht getroffen, wenn der nicht dabei gewesen wäre. Also diese ganze Kosmetik und so. Ich bin da vielleicht auch einfach der falsche Typ für. Vielleicht hat Diablo da eine andere Zielgruppe. Ich bin dafür absolut nicht empfänglich. Ich glaube, ich bin da einfach aus dem Alter raus, wo ich sowas brauche hier. Vor allen Dingen benutzt man das ja so selten. Das Game und das Genre passt einfach nicht zu diesem Kosmetik-Teil. Das fühlt sich auch ein bisschen wie, als müsste man das mit Zwang da reinbringen, um irgendwie noch was zusätzlich durch den Shop und gerade auch mit dem Battle Pass zu verkaufen. Da gäbe es bestimmt andere coolere Sachen. Ich hatte ja schon mal sowas gesagt wie eine Möglichkeit, eine Shop-Funktion richtig zu haben. Dass man hier vielleicht einen 5-Tage-Pass bekommt, womit man vielleicht einen Shop betreiben kann, wo man dann wirklich alles anbieten kann. Auch Unix und andere Leute das auch kaufen können. Das muss man natürlich streng regulieren, dass die Sachen nicht zu günstig verkauft werden. Vielleicht für Unix und anderen Kram bestimmte Mindestpreise und so einführen. Ich weiß nicht, damit da kein Sharing passiert. Aber das ist nur so ein Gedanke, der hier reinpassen könnte. Das mit diesen schwelenden Aschen. Fand ich am Anfang komisch, aber zum Ende habe ich den Sinn verstanden. Finde ich eine coole Sache, dass das durch den Battle Pass gelöst wird. Ich hoffe, dass das nicht immer hinter so einer Payroll ist. Weil ich bin ganz ehrlich, 10 Euro zahlen für saisonale Sägen. Für 3 Monate ein paar Buffs finde ich happig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen, dass man nicht genug Platin bekommt, um sich den nächsten Season Pass zu kaufen. Ist auch ganz assi. Wenn ihr 3x 666 zusammen nehmt, habt ihr 1998 oder 97 oder 98. Dann fehlen euch 2 Platin, um nochmal eine Season umsonst zu bekommen. Ist auch ein bisschen assi gemacht mit diesen 666. Hat so einen bitteren Beigeschmack. Aber ist okay. Ich glaube, dass ich in der Zukunft das eventuell nicht mehr kaufen würde für 10 Euro. Ähm, Saisonreise, weiß ich nicht. Weiß ich gar nicht, ob die Premium ist oder ob man die standardmäßig machen kann. Ähm, ja. Ich hatte sie jetzt dabei, weil ich die Ultimate Edition hatte. Werden wir dann schauen, wie es in Season 2 ist. Auf jeden Fall für Season 1. Für mich, weil ich die sowieso dabei hatte. Eine coole Sache. Fand ich ganz cool. Jetzt mache ich hier einmal diese Kiste auf. Und da ist etwas bei, das ist ja auch direkt highlightet. Und zwar Schriftrolle der Amnesie. Es wurde ganz doll, ähm, gehighlighted in den Entwicklertalks, diese Schriftrolle, dass es die jetzt gibt. Und auch bei Twitter wurde die geteilt, dass es die jetzt gibt. Aber es gibt nur eine einzige in der ganzen Season. Und man hat 5 Charakterklassen. Und so wie ich das mitbekommen habe, könnte es sogar sein, dass die nicht auf den Eternal Realm geht. Wenn das wirklich der Fall wäre, wäre ganz, 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 ganz böse. Ähm, es ist aktuell die einzige Chance, die einzige Möglichkeit, diese Schriftrolle zu bekommen. Für die, die nicht wissen, was die macht. Wenn ihr die Schriftrolle einsetzt, dann könnt ihr das komplette Paragon Board zurücksetzen. Und aktuell ist es ja so, wenn ihr das Paragon Board zurücksetzen wollt, kostet das erstmal Geld. Das wurde zwar reduziert um 40%, aber es kostet immer noch Gold. Das heißt, ihr müsst das wegmachen. Für 25.000 hier gerade. Und wenn ihr das ganze Board hier wegmachen wollt, braucht das auch richtig lang. Weil ihr müsst jeden einzelnen Tier wegmachen. Also glaubt mir, das dauert richtig lang und ist richtig nervtötend. Deswegen ist gerade diese Schriftrolle eigentlich ein richtig cooles Feature gewesen. Aber dass es nur eine einzige gibt, komisch. Als nächstes würde ich direkt abfrühstücken mit euch das große Season-Thema, die Herzen. Es gibt insgesamt 36 verschiedene Herzen. Ähm, viele Herzen sind klassenübergreifend. Aber jede Klasse hat nochmal eigene Herzen, so wie das hier zum Beispiel. Während der Ult ziehe ich Gegner an mich ran. Ist nur für den Druiden. Ist eine ganz coole, coole Sache. Aber seien wir mal ganz ehrlich, dieses Herzen-Thema ist nicht drei Monate füllend, um Content zu haben. Ich rede jetzt stark von den Leuten, die wirklich viel spielen. Nicht von den Leuten, die jetzt nur am Wochenende spielen. Für euch ist die Season wahrscheinlich perfekt, weil ihr werdet nichts verpassen. In drei Monaten könnt ihr die Season easy durchspielen. Auch wenn ihr nur am Wochenende oder in der Woche zwei, drei Stunden spielt. Easy, aber so viele Spieler wie ich. Oder andere, die jetzt gerade Ferien hatten. Die ganzen Schüler und so. Denke ich, sind wir uns einig, dass es ein bisschen, bisschen wenig war. Also die Herzen, eine coole Idee. Nichts Neues, weil es gab es auch schon Diablo 3 mit dem Schmuck und den, ähm, Juwelen, die dort reinkommen können. Mit verschiedenen Effekten. Aber ein bisschen dünn für die erste Season. Es ist jetzt die erste Season. Das Game ist noch relativ frisch. Würde ich jetzt erstmal sagen, ist okay. Aber, aber, großes Aber, für Season 2 muss da auf jeden Fall was kommen, was mehr Content bietet. Die Questline war auch, am Anfang muss ich auch sagen, relativ kompliziert. Man hat nicht so ganz verstanden, wie das mit den Herzen funktioniert. Ähm, ich bin auch niemand, der sich jedes Gespräch da durchliest. Ich denke, da geht es vielen so, dass die einfach durchskippen und Sachen überspringen. Ähm, es wurde nicht gut erklärt, wie die Herzen wo rein können. Und, es waren ein paar Fragen offen, an die ich mich jetzt nicht mehr erinnern kann, weil das war vor ein paar Wochen. Aber ich weiß noch mein Gefühl, dass ich ein bisschen verwirrt war. Ähm, ich hoffe, dass das ein bisschen besser wird in der nächsten Season. Oder, dass das einfach, ähm, durch sich selbst ein bisschen erklärt wird. Außerdem hatten wir hier diese neuen Tunnel. Da habe ich mir ehrlich gesagt auch ein bisschen mehr von erwartet. Ich hatte gedacht, dass einfach ein neues Thema hinzugefügt wird zu einem bestimmten Setting. Wir haben ja diese Settings mit dem Kerker, ähm, mit, ähm, Garanfest. Weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ihr wisst, weil ich meine, was so relativ rötlich ist und auch so ein Verlies ist. Äh, wir haben das Setting von den Spinnen mit Hügeln und sowas. Und ich hatte gedacht, durch diese Tunnel kommt einfach ein neues Setting dazu, ähm, was verschiedene Dungeons dann betrifft. Und nicht, dass es sowas wie eine Mischung aus einem Dungeon und einem, ähm, ähm, und einem Keller ist, der immer gleich ist. Also, den könnt ihr immer wieder machen. Es ist immer genau das Gleiche, was ihr machen müsst. Und am Ende könnt ihr entweder Warschang killen oder irgendeinen Ansucher benutzen. Das ganze System mit den Ansuchern, ich sammle die Dinger schon gar nicht mehr ein, weil man so viele Herzen findet im normalen Spieldurchlauf, dass man gar nicht mehr in diese komischen Tunnel muss. Also, vielleicht am ersten und zweiten Tag, dass man sagt, boah, ich muss da rein und mir die geilen Herzen holen. Aber sobald ihr mal eine Woche oder zwei drin seid, dann braucht ihr nicht mehr in diese Tunnel gehen, weil ihr die Herzen einfach so beiläufig findet. Und, äh, im Prinzip diese ganzen Ansucher, ich hab jetzt hier grad mal einen Zornigen, relativ nutzlos machen, find ich nicht ganz durchdacht. Hoffe ich auch, dass es in Season 2 besser wird, falls es wieder so ein Thema gibt mit Dungeons, dass die ein bisschen mehr Impact auf das Game haben, dass es mehr Spaß macht, diese Dinger zu spielen. Weil jetzt gerade kann ich wahrscheinlich mit Sicherheit sagen, dass 99,9% der Leute, die das Video hier gerade sehen, in der letzten Woche nicht einen dieser Tunnel gemacht haben, außer, die haben gerade so einer Zorn erfüllten Ansucher gefunden, dessen Droprate mit 1.1.1 sogar erhöht wurde, weil ich hab heute irgendwie sieben Stück davon gefunden und in der gesamten Season jetzt bisher noch gar kein. Also, da wurde die Droprate extremst angezogen. Ich möchte auch noch mal eine Sache ansprechen, die mit Patch 1.1 reingekommen ist. Da war ja der extreme Nerf, der sehr, sehr, sehr viel genervt hat. Ich sag nur 40% Verwundbarkeit, 17% Crit-Schaden. Wurde extrem gedubuffed. Wurde sehr schlecht gemacht. Für manche Klassen ist es immer noch OP. Ich sag nur Necromancer. Knochensperr. Aber hat andere Klassen sehr, sehr stark getroffen. Auch der Druide musste ein bisschen drunter leiden. Der funktioniert immer noch, mein Pulverisierbild, wenn ihr den mal sehen wollt. Hier oben verlinke ich mir das Video. Aber war schon ein harter Nerf. Und es wurde im Entwicklertalk auch gesagt, dass die Meta wahrscheinlich zu jeder Season sich wechseln wird. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass man sich zu jeder Season neue Sachen überlegen muss. A und B. Dass alles so krass geswitcht wird, dass die Charaktere, die auf den Eternal reingehen, weil alle Season Charaktere werden ja übergehen in den Eternal. Und ihr könnt eine neue Season mit einem neuen Charakter starten. Dass dort alle Builds, wie mein Pulverisierend Druide hier zum Beispiel gerade, nicht nutzlos werden, aber sehr, sehr stark genervt werden. Und vor allen Dingen, wenn dann auch die boshaften und zornigen Herzen wegfallen, bedeutet das auch nochmal einen krassen Nerf für den Build. Weil, es wurde ja gesagt, der Nerf war nötig, damit diese Herzen nicht komplett busted sind. Was ich auch verstehen kann, weil es halt so ein Herz gibt, das 80% Kritschaden gibt. Das kann ich schon nachvollziehen. Aber wir wollen das in der nächsten Season machen, wenn die Herzen weg sind. Wichtige Frage. Außerdem ein ganz, ganz großer Kritikpunkt, und ich hoffe, dass der angegangen wird, und wer mich jetzt schon länger verfolgt, der weiß das, sind die Aufgaben, die man machen muss, wenn man einen neuen Charakter startet in der neuen Season. Und ich habe keinen Bock, nochmal die ganzen, das werde ich piepen, vernissenden Nebendungeons und Stützpunkte und Nebenquests zu machen. Ich kann es nicht mehr sehen, immer die gleichen Kack-Dungeons und Kack-Nebenquests immer und immer wieder zu machen, um diese Ansehenspunkte hier zu bekommen, damit ich die vier Paarungenpunkte bekomme. Ich weiß, dass es nicht essentiell ist, um das Spiel zu spielen, aber für die Vielspieler, für die Profis, für die, die richtig Zeit in das Game ballern und wahrscheinlich auch in den meisten Fällen auch Geld, ich gehöre jetzt nicht dazu, aber ich weiß, dass die, die viel spielen, natürlich auch am meisten Geld da lassen. Dass die nicht wieder gezwungen sind, die ganzen Dungeons abzufarmen und die ganzen Nebenquests zu machen, weil das wirklich, ich kann die Nebenquests nicht mehr sehen und ich sehe gerade in einer halben Stunde des Weltenboss, die nehme ich natürlich mit. Markiere ich mir schon mal. In meinem letzten Video hatte ich ja schon ein bisschen philosophiert über Weltstufe 5 und der Änderung mit den Nightmare Dungeons, was die Entwickler mal angesprochen hatten im Entwicklertalk. Wenn das zu Season 2 kommen sollte, dann sind alle meine Hoffnungen schon erfüllt, weil das ist richtig Content füllen. Wenn so ein dicker Batzen Content kommt, dann können wir uns alle nur glücklich schätzen, dann ist es mega nice. Und das ist auch etwas, was ich unbedingt mal ansprechen möchte an die ganzen Hater da draußen. Ich weiß nicht, ob das euer erstes Spiel in eurem Leben ist, aber so ein Support in einem Spiel ist nicht normal. Es gibt Spiele, die werden auf den Markt geschmissen und da ist gar kein Support mehr. Also da wird vielleicht nochmal ein bisschen Hotfix gebracht mit irgendwelchen Bugfixes, aber dass da alle drei Monate eine Season kommt, umsonst. Mit neuem Inhalt, umsonst. Also ihr müsst keinen Battle Pass kaufen. Ihr könnt die Season spielen, umsonst kriegt neuen Inhalt und kriegt hier ein Game geboten, was wahrscheinlich über die nächsten Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, Gruß an WoW, supported wird. Also an die ganzen Hater, die sagen, das ist ein Kack-Game und ist schlecht und wenig Inhalt und haben keinen Spaß dran und die Season ist scheiße und so. Leute, alles, was ihr jetzt bekommt an Season 1, 2, 3, 4, 5 und alles, was da noch kommt, ist umsonst. Wenn irgendwann mal ein DLC kommt mit noch einem Akt und noch einer neuen Klasse und da nochmal 20 Euro für verlangt wird, dann ist das vollkommen fein. Also was man hier für ein riesen Game hat, ich habe 100 Euro gezahlt und habe eine Spielzeit von, wieso wird die nicht angezeigt? Ich kann es euch sagen, 500 Stunden. 500 Stunden Spielzeit für 100 Euro. Für die Euro in Stunden umgerechnet kommt ihr nirgends wohin. Es gibt nichts, was so günstiger ist wie dieses Spiel, wenn ihr rein an Spielzeit denkt. Mich würde extrem eure Meinung zu Season 1 interessieren und auch zu dem ganzen Werdegang von Diablo 4 bis hierhin. Was ich bisher ein bisschen komisch finde, sind diese krassen Balance-Änderungen. Also nicht, dass es Balance-Änderungen gibt, sondern wie viele in kurzer Zeit. Das Game ist noch frisch, also es ist ja noch nicht schon ein paar Jahre draußen. Das ist jetzt zwei Monate draußen und es gab schon vier, fünf, sechs Balance-Änderungen oder sowas. Und wenn zu jeder Season eine neue Balance-Änderung kommt, also ich finde es gut, dass daran gearbeitet wird. Aber ich finde es ungewohnt. An die Diablo-Veteranen, lasst mal gerne, erleuchtet mich, ist das normal bei Diablo? Weil bei anderen Games, RPGs vor allen Dingen, ist das nicht so üblich. Da wird mal was genervt oder mal was gebufft. Aber nicht in diesem Ausmaß und in dieser Kürze der Zeit ist das, weil die Community von Diablo so krass ist. Also sagt es mir gerne. Ihr habt da wahrscheinlich mehr Erfahrung als ich, als Diablo-Noob, sage ich mal. Als Fazit kann ich auf jeden Fall sagen, ich bin overall actually zufrieden. Es gibt ein paar Sachen, die mich stören, die ich aber nicht so schlimm finde. Ich weiß, dass daran gearbeitet wird. Es gibt viele coole neue Sachen, die reingekommen sind. Die Entwickler hören auf die Community. Sachen werden implementiert und wieder rausgenommen, wenn sie sehen, es gibt zu viel Gegenwind. Ich sage nur Level-Requirement für Weltstufe 3 und 4. Ich sage nur Spawn-Zeit aus dem Dungeon raus. Also Teleport-Zeit von 3 auf 5 Sekunden und wieder zurück von 5 auf 3 Sekunden. Porten zu den Nightmare-Jungeons sofort hin. Das sind alles coole Sachen, wo man richtig gut auf die Community gehört hat. Und ich wette, es werden auch noch weitere Sachen folgen, wie ein besseres Beutel. Also Inventar-Management. Die Juwelen müssen da unbedingt raus. Es wird noch mehr Plätze geben für eure Charakter, mehr Charakterslots, weil 10. Ich bin jetzt bei 9 und das ist die erste Season. Wenn die nächste Season kommt, habe ich keinen Platz mehr. Da bin ich davon überzeugt, dass da noch mehr Platz kommen wird. Und overall bin ich echt zufrieden mit der Season und mit Diablo 4. Bin sehr happy damit, macht mir extrem viel Spaß. Ich merke auch an der Resonanz der Videos, dass auch ein Großteil von euch das sehr viel Spaß macht. Und freue mich da auf jeden Fall auf die nächsten Season, auf die nächsten Tage. Und würde mich sehr über ein Follow auf dem Kanal freuen. Sehr auf ein Like auf dem Video. Wie gesagt, lasst gerne eure Meinung zur Season und vor allem zu Diablo 4 unten in den Kommentaren. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.